Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer ausführlichen Fragerunde. Neben mir sitzt der Philipp von der Hundeschule Fellnase, mit der wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Ihr habt uns eure Fragen über den Instagram-Sticker gestellt und wir gehen jetzt einfach mal ein paar repräsentativ durch, die sehr häufig gestellt wurden. Meinen Hund kennt ihr ja, wahrscheinlich. Das ist die Abby, die ist dreieinhalb und hat 600k Follower auf TikTok oder so. Eigentlich haben wir 600k Follower, gib mir die Hälfte von dem Fame. Und wir haben letztens 100k auf Instagram geknackt. Und das ist der Shadow. Erzähl mal was zu deinem Hund, weil ich kann die Fakten nur so halten. In erster Linie ist er mega hübsch, der ist ein Australian Shepard. Grob, ganz grob eineinhalb Jahre alt und kann mit uns zwei und Abby gechillt auf der Couch sitzen. Warum hechelt dein Hund denn so stark, Philipp? Weil er immer hechelt und das nervt mich krass. Dem ist ein bisschen warm. Wir haben kalte Jahreszeit, da heißen wir hier ein. Und aufgrund seines vielen Fälles ist es ihm ein bisschen zu warm. Und natürlich ist er ein bisschen leicht gestresst dadurch, dass wir eben diese Situation hier haben. Was man ja jetzt aus dem Kameraaufschnitt nicht sieht, ist, dass hier ein paar Lichter rumstehen. Die sehr hell mitten ins Gesicht leuchten, ja. Also das ist halt auch nicht sein typisches Lebensumfeld. Umsfeld? Umfeld? Außerdem ist es eine sehr attraktive Ridgeback-Dame. Erregende Ridgeback-Dame, die demnächst wieder in die Läufigkeit kommt hier. Und sie interessiert das Ganze halt gar nicht, weil sie kennt es halt nicht anders. Die wird halt jeden Tag von irgendwelchen Lichtern angeleuchtet und ist gewohnt, dass ich in selbstgefälliger Manier in die Kamera rede. Wann machst du denn sowas? Okay. So, gucken wir mal rein, was die Leute so wissen wollen. Lea fragt, sind Hundeschulen im Welpenalter zu empfehlen? Ja und nein. Also wenn man Ersthundehalter ist, allein um die Beratung zu bekommen, auf jeden Fall. Wenn Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass man seinen Hund auf eine Wiese freilässt, um mit anderen Hunden zu zocken, dann nur bedingt. Also man kann sich bei einer guten Hundeschule schon gute Tipps holen und Sozialverhalten zu erlernen mit anderen Hunden ist auch klug. Aber so wilde Spiele, wo fünf Welpen dann gleichzeitig rumlaufen, einer wird gemobbt und fünf haben die Freude ihres Lebens, weil sie über den einen rüberrollen können, ist halt ungeil. Es ist halt auch super schwierig für Leute, die ihren ersten Hund haben, in so einer Position die richtige, gute, kompetente Hundeschule zu finden, weil man muss ehrlich sein, jeder stellt sich das relativ einfach vor. Man holt einen Hund, geht irgendwie einmal die Woche mit dem in die Hundeschule und dann läuft er irgendwie nach zwei Wochen perfekt frei Fuß, rennt nicht zu anderen Hunden hin, gehorcht, macht alles und dann trifft die Realität ein und die sieht dann häufig halt ganz anders aus. Und das Schwierige ist halt, sich vorab wirklich gut und fundiert zu informieren über das, was die Hundeschule da tut und dann können wir gucken, dass wir vielleicht so ein paar Indikatoren geben, an denen man erkennen kann, ob das jetzt eher was Gutes oder eher was Schlechtes ist. Eins hast du schon genannt, die sogenannte Welpenspielgruppe, da gibt es ja solche und solche. Was sind denn tendenziell eher bessere und eher schlechtere Merkmale, eine solchen? Also was unglaublich top wäre und ich glaube, was die meisten Leute unterschätzen, ist, dass man dem Trainer Vollstanz vertrauen sollte. Das heißt also, dass man nicht sagt, naja, der wird schon wissen, sondern dass man hundertprozentig hinter dem steht, was der Anleitende erzählt. Dann wäre es cool, wenn der Anleitende, der Trainer, nicht nur eingreift und wenn ein Spiel aus den Rudern läuft, irgendwen nimmt und packt und festhält, sondern wenn er hinterher erklärt, guck mal, das hat dazu geführt, dass ich eingreifen musste. Und grüß dich. Und wenn ihr in Zukunft eingreifen müsst, dann macht es auf diese und jene Art und Weise, weil sonst nimmt man ja auch nichts mit. Das heißt, du hast jetzt schon zwei Aspekte genannt. Einmal das Moderieren des Verhaltens der Hunde untereinander und dann aber auch sofort gleichermaßen das Vermitteln von Wissen an die menschlichen Teilnehmer über das, was da gerade moderiert wurde und warum. Zum Beispiel Hund 1 hat Hund 2 die letzten 20 Sekunden da durch die Gegend gemobbt und Hund 2 hat es nicht geschafft, die Situation für sich zu lösen, wurde dann drangsaliert. Deswegen bin ich hingegangen und habe Hund 1 rausgenommen und der muss jetzt mal kurz warten und runterfahren, bevor er dann wieder dazu darf. Ja, 20 Sekunden wären jetzt schon lang. Ja, ich weiß so, warum ich das sage. Ich bin auch geprägt vor meiner ersten Hundeschule. Und da hat es auch nochmal ein bisschen länger gedauert als 20 Sekunden. Man muss auch so ein bisschen Verständnis dafür haben, wenn der Hundetrainer dann irgendwie mal sagt, guck mal, also Hund XYZ spielt heute mal nicht mit, weil der war ein bisschen zu krass drauf, ein bisschen zu aufgeweckt, hat ein bisschen zu wenig erlebt die letzten Tage und hat zu viel Pepp. Und der würde die anderen Hunde einfach überfordern oder er wäre im Spiel überfordert. Klar, die meisten Hundehalter haben eben den Wunsch, dass ihr Hund möglichst oft mit den anderen freudig spielt, aber das muss schon alles dazu passen. Also die Hunde zueinander, die Situation und dann kann man das machen. Entschuldigung. Kommt weiter wieder rüber. Ja, ja, gut, ja. Vielleicht kurzer Einschub, warum haben wir das jetzt gemacht, beziehungsweise warum hast du das gemacht? Weil er mich genervt hat, wenn er zwischen uns ist, was soll das? Ja, wir versuchen uns hier zu unterhalten und da hat halt einfach der Hund dann nichts auf Augenhöhe zwischen uns verloren. Was soll das? Das nervt mich. Vor allem, der geht ja nicht zufällig dahin, sondern der ist ja auch schon durchaus interessiert an der Ibi und sie ist auch interessiert an ihm. Und das kann man ja im Ansatz dann tatsächlich korrigieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, gerade für Ersthundebesitzer in einer Hundeschule, das Thema Wissensvermittlung hinsichtlich alltagsrelevanten Dingen sollte an ganz vorderer Stelle stehen. Es ist nicht so wichtig fürs harmonische Zusammenleben mit dem Hund, ob der Pfötchen geben kann. Ah, nee, um Gottes Willen. Ja, aber das genau ist der Grund, warum so viele Hundeschulen in Verruf geraten sind. Weil die Leute da wie um Lagerfeuer rumstehen, so jeder mit 1,30 Abstand zum nächsten, schön alle gleich, völlig egal, ob der eine Hund einen oder drei Meter bräuchte. Und dann schön Pfötchen gegeben und dann Leckerchen rein und dann macht der nächste Pfötchen gegeben und alle freuen sich miteinander. Das ist zwar witzig, aber das bringt im entspannten sozialen Zusammenleben mit dem Hund halt herzlich wenig in der Regel. Sondern da sind halt wichtige Dinge wie, welche Werte muss ich meinem Hund vermitteln? Welche Aufgaben habe ich hinsichtlich Verantwortungsbewusstsein als Hundehalter? Solche Geschichten, ja. Wie kann ich Situationen im Alltag managen, wenn ich zum Beispiel eine Hundebegegnung habe und wenn das eine Frontale ist und mein Hund fängt an, sich da krass reinzusteigern? Was mache ich in der Situation? Renne ich einfach straight drauf los? Versuche irgendwie Augen zu und durch? Hau ruck irgendwie da dran vorbei, meinen Hund zu schleifen? Oder versuche ich das Ganze möglichst ruhig, früh vorausschauen, zu analysieren, zu sagen, ey, welche Optionen habe ich? Können wir auf dem schmalen Weg zivilisiert an denen vorbei? Falls nein, naja, dann müssen wir halt ein bisschen zur Seite gehen oder halt auch umdrehen. Das wäre tatsächlich eben mein Einschub gewesen. Also jetzt nicht unbedingt den Leuten zu vermitteln, guck mal, also das Schiff geht gerade unter und wir müssen uns jetzt die Rettungswesten anziehen, sondern zu erkennen, wann ist es denn so weit, dass das Schiff untergeht? Also woran erkenne ich, dass mein Hund in einer Situation gestresst ist, dass er mit irgendwas nicht umgehen kann, dass ich früh genug die Anzeichen sehe und da früh genug schon einschreiten kann? Weil, also wenn der Zucht abgefahren ist, ist er abgefahren. Also wenn mein Hund schon in einer Eskalation drin ist, dann hat er dieses Erlebnis gehabt, dann hat er aus dieser Erfahrung rausgeschöpft und hat das als Lernerfolg verbucht im schlechtesten Moment. Und das ist einfach super, wenn ich verhindern kann, und das ist für mich echt das Wichtigste im Welpenalter, dass man verhindern kann, dass die Welpen irgendeinen Bullshit lernen und die müssen noch nicht mal so viel krasses, cooles Zeug lernen. Aber man muss einfach verhindern, dass sie Bullshit lernen. Das andere kommt mit der Zeit. Wenn wir ehrlich sind, ist es super schnell und einfach, einem Hund einen Trick beizubringen. Aber blödes Alltagsverhalten, was sich langfristig etabliert hat, wieder rauszubekommen, rückzuarbeiten, ist brutal schwer und dauert lang. Deswegen, und vielleicht um so ein bisschen den Kreis zu schließen zur ursprünglichen Frage, sind Hundeschulen im Welpenalter zu empfehlen? Grundsätzlich ist es immer zu empfehlen, dass man sich als Halter fortbildet, Zeit mit dem Hund verbringt und sich mit ihm beschäftigt. Aber man sollte halt sicherstellen, dass gewisse Gütekriterien da erfolgen und schauen, wo liegen die Prioritäten in dem, was da vermittelt wird und gemacht wird. Was ich zum Beispiel ultra gerne mache, ist, dass Interessenten, die in den Welpenkurs kommen wollen, mit denen treffe ich mich einmal zum Spazierengehen vorher. Weil dann habe ich in entspannter Umgebung Zeit, denen ein bisschen was über den Kursablauf zu erklären, über die vermittelten Inhalte zu erklären, den Leuten schon mal ein paar Tipps mitzugeben. Gerade so Leidenführigkeit sieht man halt beim Spazierengang schon sehr gut, was da eventuell schon mal ein bisschen in die Binsen geht. Und dann kann man den Leuten gleich mal Hinweis geben, ohne dass halt, was weiß ich, vier, fünf, sechs andere Leute drumherum stehen. Weil korrigiert werden die Leute ungern. Also keiner von uns wird gerne auf seine Fehler hingewiesen. Und da habe ich schon mal eben in so einem entspannten Erstgesprächsspaziergang die Gelegenheit zu sagen, hey, guck mal, achte einfach mal auf die paar Sachen. Und dann lernen die Leute mich gleich kennen, die wissen, wie ich so drauf bin. Und in der Regel wissen dann die Leute auch, ob sie persönlich zu mir passen oder wir zueinander passen und ob sie zu mir kommen wollen oder nicht. Also auch dieser Aspekt, bevor man das erste Mal mit dem Hund da antigert und sich pauschal für die ersten sechs Stunden anmeldet, lieber vorher mal Zeit nehmen und gucken, passt das menschlich, fühlt sich das vom Bauchgefühl her richtig an, ist das Setting das Richtige, diese ganzen Geschichten. Da lieber mal über den eigenen Schatten springen und sagen, ich nehme ein bisschen extra Zeit und Mühe und vielleicht auch Geld auf mich. Anstatt dann das Kind, was in den Brunnen gefallen ist, dann wieder versuchen irgendwie rauszuziehen. Nächste Frage. Da hat eine Person einen Hund, der nach eigener Beschreibung im Tunnel ist und die möchte wissen, wie sie den im aufgetretenen Zustand, wenn er zum Beispiel auch beißt, da wieder aus dem Tunnel rausbekommt. Was hat den Hund dazu gebracht, in diesen Tunnel reinzukommen? Also ganz, ganz häufig ist das mehr so ein, entweder so ein Rangeln oder aufgrund von Überforderung mit irgendeiner Situation, dass der Hund versucht da einen Ausweg zu finden. Es passiert sehr, sehr häufig bei den beliebtesten Hunderassen vor allem eben zum Beispiel, bei Labrador-Retrievern, dass die so ein bisschen aufdrehen und dann fangen die hier zu knabbern an, an Ärmel oder an Hose. Und dann werden die von den Haltern so, da wird so halbherzig versucht, eine Grenze zu setzen. Dann sagt man so, nein. Zum Halter, dadurch, dass er seinen Arm so auffällig wieder zurücknimmt, ist halt eine zusätzliche Einladung für den Hund. Und dieses ewige Einwirken, mit Kraft den Hund versuchen wegzustoßen, der kommt wieder zurück. Und dieses ewige Hin und Her, das ist so eine Spirale. Also es wird immer schlimmer. Der Weltbekannte Gegenhalten, schrägstrich der Hund, je nachdem wie alt der Hund ist. Und man selbst erzeugt ja eigentlich keine Veränderungen von irgendeinem Verhalten. Also es macht tatsächlich häufig Sinn bei sowas, die Fronten mal wirklich voneinander zu trennen. Also zu sagen, ey, guck mal, du Hund, verhältst dich irgendwie gar scheiße, vielleicht sogar ich auch. Wer weiß, ne? Also wer fünfmal das Gleiche versucht und keine Änderung erzielt, der kann sich das nächste Mal das sparen und nach dem ersten, zweiten Mal abbrechen. Aber da vielleicht auch mal den Hund nehmen und wenn man die Gelegenheit hat, den mal kurz in eine Box bringen, den in einen anderen Raum bringen. Wenn man draußen unterwegs ist, in den Kofferraum kurz reinsetzen für einen Moment. Mal selber durchatmen und dann sich die Situation nochmal angucken, ob irgendwas sich ändert, wenn man mal kurz einen Abstand hat. Also häufig ist es ja so, dass die Halter anderen unglaublich aufgeregt und genervt sind. Und dann hat man auch selber keinen klaren Kopf mehr. Dann denkt man über so eine Situation nicht mehr ordentlich nach und wird auch teilweise eben so ein bisschen unfair aufgrund dessen mit dem Hund. Und dass sich dann der Hund darüber beschwert, ist eigentlich kein großes Wunder. Also ich denke mal, also um es mal einzuordnen, ich denke, es geht wahrscheinlich um einen relativ jungen Hund. Ich denke auch, ja. Der dann irgendwie ein bisschen aufgedreht, hibbelig ist und wenn er dann vielleicht sich nicht korrigieren lassen möchte, dann auch mal zubeißt, knappst in den Arm. Vielleicht versucht er so ein bisschen Frust abzulassen, Halter zu maßregeln, wie auch immer. Und da ist halt ganz wichtig, dass man es nicht persönlich nimmt, weil dann hört man auf, abgewogen und rational zu handeln. Das ist ein total blödes Gefühl, wenn der eigene Hund anfängt, einem auf den Wecker zu gehen. Das kann auch jeder Hundehalter nachvollziehen, aber man darf das nicht auf sich persönlich beziehen. Am besten ist es, wenn man es irgendwie schafft, sich in ein Mindset reinzubringen, dass man sich vorstellt, es wäre nicht der eigene Hund, sondern es wäre irgendein anderer Hund. Und dass man sich nicht in diese negative Gedankenspirale reinbuxieren lässt. Und die Tipps, die du dir gerade gegeben hast, vielleicht einfach mal gucken, dass man im Alltag schafft, sich ein bisschen Pause von einer schwierigen Situation zu verschaffen. Ja, ein bisschen zu sammeln, mit kühlem, klarem Kopf dann da reinzugehen. Weil wenn ich jetzt hingehe und ich habe einen Hund, der zieht zum Beispiel an der Leine, ich lasse das die ganze Zeit zu, bin genervt, sagt dann irgendwann, jetzt reicht's aber doch mal. Und dann fängt der Hund an und dreht richtig auf, weil er dieses, jetzt reicht's aber doch mal, halt einfach komplett mitnimmt. Ja. Nicht mit einem Trainer sprechen, nicht mit dem Nachbarn, der selber seit 20 Jahren Hunde hat, weil 20 Jahre einen Hund haben bedeutet, der hat eineinhalb Hunde gehabt. Im Durchschnittsalter eines Hundes ist so 12 bis 14 Jahre alt. Das heißt, der hat eineinhalb Hunde. Und was bei eineinhalb Hunden funktioniert hat, muss längst nicht bei dem nächsten Hund klappen. Deshalb lieber mit einem Hundetrainer sprechen, der halt in seinem Berufsleben schon x paar Hunde durchlebt hat und sehr wahrscheinlich etwas hat, was bei vielen Hunden geholfen hat oder zumindest ein großes Handlungsrepertoire hat, als dass ich da den Willi nebenan fragt mit seinem Maxl, der das auch schon mal hatte. Und dann hat er einen Allverwurf gemacht und danach war nichts mehr. Und ganz wichtige, sehr persönliche und übelst subjektive Randnotiz meiner Seite an der Stelle, Leute, die sich darüber profilieren, dass sie schon über Zeitspanne x Hunde haben, sind in den allermeisten Fällen krass inkompetent als Halter. Das ist so. Ja. Weil Leute, die hingehen und sagen, ich habe schon seit 30 Jahren Hunde. Die definieren sich darüber, dass sie schon so lange Hunde haben. Die könnten ja auch genauso gut sagen, mein Hund läuft immer schon frei und hat noch nie Scheiße gebaut. Ja. Nee, aber das Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie das schon lange machen. Dass das das Erste ist, womit man versucht, sich als kompetent darzustellen, ist eine der größten Red Flags überhaupt. Also wenn jemand euch so kommt, dann, ich habe es noch nie erlebt, dass es dann was Gutes war, was als nächstes kam. Ich habe jetzt dann bald seit zwölf Jahren ein Auto. Also ich kann Scheibenwischer wechseln, ja, das geht. Scheibenwischblätter kann ich wechseln, ich kann Reifen wechseln. Dann wird es schon echt eng. Ich habe meinen Führerschein seit 2014, ich habe vor zwei Wochen gelernt, wie mein Scheibenwischwasser auffüllt. Also ich habe auch schon ein langes Auto und ich kann einen Scheiß direkt daran reparieren oder so. Und wenn ich da einen Fehler mache, ist das Schwein teuer, das sehen die Leute direkt, das geht an den Geldbeutel. Ja. Und beim Hund ist das halt leider, da geht es lieber erst in die Binsen. Grüezi Tag. Da geht es lieber erst lange in die Binsen und dann müssen die Leute wahnsinnig viel Geld dafür einen Hundetrainer ausgeben, der lange Zeit braucht, um so ein festgefahrenes Problem zu lösen. Anstatt, dass man vorher sagt, es ist drei, vier Mal passiert. Scheiße, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Lieber mal kurz einen Hundetrainer gefragt. Die Lissi fragt, wie kann ich meiner Oma beibringen, ihren Hund nicht so zu verwöhnen? Vielleicht können wir es so ein bisschen allgemeiner ableiten. Generell das Thema Familie und dann interne Familienkonflikte hinsichtlich der Hunde ist eine super schwierige Sache. Und ich aus persönlicher Erfahrung kann auch sagen, ich hatte das ganz krass. Eigentlich war das als Familienhund hier angedacht. In meinem früheren Beruf war es so gedacht, dass ich den Hund eine Wochenhälfte nehme und meine Eltern den Hund die andere Wochenhälfte nehmen. Und dann hat sich nach ganz wenigen Wochen bereits herausgestellt, dass wir fundamental unterschiedliche Vorstellungen von der Erziehung haben. Auch wenn da vorher drüber gesprochen wurde, in der Umsetzung sah es dann ganz anders aus. Und da gab es krasse Reibereien, krass miese Launen in der Familie. Und es hat die Konsequenz gehabt, dass ich dann nach vier Wochen gesagt habe, ich cancele den Plan für einige Monate, slash vielleicht ein Jahr wieder bei meinen Eltern einzuziehen, zwecks des Hundes. Sondern bin nach vier Wochen mit der in eine eigene Wohnung und habe das Ganze komplett auf eigene Faust genommen. Und ja, das gab Stress mit der Family, aber es war in dem Moment das absolut Notwendige, um diesem Hund gerecht werden zu können. Genauso wie man mal ab und zu einen Konflikt mit seinem Hund eingehen muss, muss man den halt auch ab und zu mal mit den Mitmenschen in seiner Umgebung eingehen. Es kommt halt immer darauf an, wie man so einen Konflikt vom Zaun bricht. Also ich gehe öfter mal mit Shadow auch in der Innenstadt spazieren, um das mit ihm zu üben. Und es kommt immer wieder vor, dass ihn da Leute locken. Und was blöd ist, wenn er an der Leine ist, weil wenn er dann an der Leine zieht, ist das scheiße fürs Training. Und hier könnte ich jedes Mal die Leute anschnauzen. Dann könnte ich aber wahrscheinlich auch bald mein Geschäft zumachen. Das ist mein Vorteil, ja, ich kann die Leute anschnauzen. Also ich kann bei Fremden, kann ich darum bitten, dass sie das gerne unterlassen. Bei Familienmitgliedern, da bittet man vor allem, wenn man irgendwie in einem, ich sag mal in Anführungszeichen, untergeordneten Verhältnis ist. Das bedeutet, wenn ich Kind oder Enkel bin, habe ich immer brutal schlechte Karten bei sowas. Weil ja dieses, man bleibt in den Köpfen der aufziehenden Generation immer ein Kind. Das heißt, man ist immer so jemand, der Beratung braucht und jemand, der mit seinen Entscheidungen so semi-recht hat. Es gibt unterschiedliche Wege, das anzugehen. Also ich würde das, so gut wie es geht, nett und rational lösen. Was halt unglaublich schnell geht, ist eine Wasserflasche. Für die Menschen. Für die Menschen. Das geht unglaublich schnell. Nee, aber das kommt drauf an. Es gibt so einen Argumentationsstil, der sehr, sehr stark Dinge ad absurdum und in Extreme reinführt. Musst du konkretisieren, sonst verwirrt es die Leute. Es gibt das Beispiel, du hast einen Familienhund und eben wie gesagt, hier haben wir auch wieder das Verhältnis, sagen wir mal, Sohn oder Tochter bildet den Hund aus, volljährig hat ein Führerschein, fährt in die Hundeschule, kommt nach Hause, der Hund springt die Eltern an und die Eltern sagen, uiuiuiuiui. Oh Gott, furchtbar. So passiert so 80% der Zeit. Ja, leider. Das kann man versuchen zu argumentieren. Wenn man rhetorisch gut drauf ist, dann schafft man das auch. Oder man kann das Ganze tatsächlich so ein bisschen provokativ ansehen. Und man kann da wirklich mal sagen, man kann das nachmachen, nachäffen und kann den Hund selber mal fürs Anspringen belohnen. Und dann mal richtig provokativ sich hinstellen und sagen, das ist richtig super, wenn wir den Hund weiter dafür belohnen, wenn er springt. Das ist toll. Stell dir vor, du kommst mal im Sommer nach Hause, hast eine neue Hose an und er springt dich an, die ist dreckig oder kaputt hinterher, weil wir den so schön belohnt haben. Und hör mal, wenn wir den seinen Puls messen, der ist hart gestresst in der Situation. Richtig geil, oder? Wenn wir Glück haben und den Ort nicht dafür belohnen, dass er uns anspringt, haben wir ihn vielleicht zwei Jahre weniger. Ja, und vielleicht schaffen wir es sogar, dass er dann draußen so unfassbar gestresst ist, dass wir gar keinen Spaß mehr auf dem Spaziergang haben, weil der Hund den ganzen Tag nichts anderes gelernt hat, als nur hochgefahren zu sein. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass der Hund Trennungsängste bekommt, wenn wir gehen. Ah, das ist natürlich auch sehr praktisch. Wenn wir dann nie alleine irgendwo den Hund hingehen können. Also man kann das Ganze wirklich richtig krass ins Extreme ziehen, das ist nicht die netteste Art und Weise. Das ist wirklich nicht die netteste Art und Weise, aber tatsächlich, was ich festgestellt habe, sehr, sehr effektiv. Oh, da muss man Bock auf den Konflikt mit den Menschen haben, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und das sowieso in einer regelmäßigen Streitposition ist mit der anderen Partei, würde ich das nicht machen. Also meine persönliche Einstellung dazu ist, mir ist es bei Familienmitgliedern oder Leuten aus dem unmittelbaren Umfeld, die man jetzt nicht nur einmal sieht und dann los wird, bin ich persönlich so eingestellt, dass ich sage, ich gehe lieber einmal vernünftig am Anfang direkt eine richtige Konfrontation mit den Leuten ein und sagen, wir müssen uns jetzt mal unterhalten. Das, was du gerade machst, ist für meinen Hund hier ganz große Scheiße. Und aus dem und dem und dem und dem Grund solltest du das sofort unterlassen. Ansonsten führt es langfristig zu ganz gewaltigen Problemen. Und dann darf man da auch keinen Zentimeter von seiner Argumentation, von seiner Einstellung abweichen. Das kann dann zwar mal zur Folge haben, dass dann Familienmitglieder zwei, drei, vier, fünf Tage ein bisschen angefressen sind. Aber letztendlich ist es die schnellste, faireste und effektivste und auch langfristige Art und Weise, damit umzugehen. Weil wenn ich hingehe und gehe den ganzen Tag nur Kompromisse ein und eigentlich fresse ich da Frust in mich rein und mein Hund tut nicht das, was ich möchte, sondern irgendwas anderes. Und ich bin nur geärgert und nur geärgert. Dann bin ich gefrustet. Dann lass ich es irgendwann an meinem Hund raus. Mein Umfeld lernt mit diesen ganzen Sperenzien, kommen sie irgendwie schon halbwegs damit durch. Dann werden die da nicht mit aufhören. Und das ist halt das, wo man sagen muss, dann doch lieber am Anfang mal richtig die Weichen setzen. Und zwar nicht nur mit dem Hund, sondern auch mit dem Menschen. Ja, ich persönlich finde es immer fairer, sowas relativ schnell direkt zu klären, als dass man es immer so freundlich wie möglich und so nett wie möglich versucht. Und irgendwann platzt einem die Hutschnur. Das haben auch ganz viele Hundehalter, die laufen an gespannter Leine spazieren, über mehrere Meter hinweg. Und dann so nach drei, vier, fünf, sechs Metern sind sie dann doch genervt davon, dass der Hund an der Leine zieht. Und dann kommt irgendwie eine richtig harte und richtig unfaire Korrektur in den Halsband. Das ist halt Quatsch. Also wie soll der Hund das jemals verstehen? Das haut nicht hin. Und das ist genauso wie wenn mich Freunde besuchen und mein Hund springt die an und die freuen sich und ich freue mich mit. Und irgendwann kommen die rein und ich sage, lässt du jetzt mal meinen Hund in Ruhe? Woher sollen die es besser wissen? Na, lieber sage ich da am Anfang einmal, du, pass auf, wenn du reinkommst, bitte lass meinen Hund jetzt mal in Ruhe. Kurzes Briefing. Genau. Und da kann man sich halt auch Hilfsmittel, ne? Druckt euch irgendwie ein DIN A4 PDF aus, klebt es an die Tür und sagen, Besuch, bevor ihr kommt. Das sind die Verhaltensregeln gegen den über den Hund. Lesen, beachten ist mir wichtig. Vielen Dank. Hier spielt es eben eine ganz große Rolle. Der Hundehalter ist in der Verantwortung, dass sein Hund gute Dinge lernt und am besten keinen Bullshit lernt. Wir können die Welt um uns herum relativ stark gestalten. Der Hund nicht. Der ist halt ein Opfer von der Architektur des Menschen. Ich glaube, ich fände es übelst sympathisch, wenn ich irgendwo zu Besuch wäre, die Person hätte einen Hund und ich kriege dann so ein Handout, wie ich mich dem Hund gegenüber zu verhalten habe. Weißt du, du kannst mir auch vorher zukommen lassen. Ich finde es übelst geil. Ungewöhnlich aber. Ja, aber ungewöhnlich, aber wahrscheinlich auch sehr effektiv, weil es ungewöhnlich ist. Okay, du meinst ja, ja gut, dann sollten wir es vielleicht mal beherzigen. Und ihr seid dann als Halter quasi abgesichert, wenn ihr die Leute vorher gebrieft habt und sie halten sich nicht an eure Regeln, dann habt ihr alles Recht, denen gehöre ich vorher unter mir dann zu machen. Ja, dann was. Da gibt es so kleine von Super Soaker, die schießen echt gut und weit. Und vielleicht noch ergänzend, wenn man andere Menschen im Alltag trifft, die zum Beispiel in der Stadt dann nervig sind und versuchen, den Hund zu locken und so weiter. Man kann versuchen, die zu belehren. Wenn man aber selbst vom Gemüt her ein sehr aufbrausender Mensch ist, dann empfiehlt es sich doch häufig einfach komplett deeskalierend an der Stelle zu sein. Und wenn man merkt, der vorne ist, ich sag jetzt einfach mal Naomi, kann auch ein Opi oder ein Kind oder sonst was sein. Und die ist kurz davor, den Hund anzuschmatzen. Ey, dann drehe ich halt auf der Stelle um und gehe in eine andere Richtung. Ja. Weil bevor dann irgendein Nist passiert, ich mich aufrege, mein Hund sich aufregt, ich dann frustriert bin, sage, alles Scheiße, hätte ich mal doch lieber nicht gemacht, dann halt lieber genau andersrum. Weil dann ist es wieder einfach Zeit, die vergeht, in der der Hund lernt, es passiert gar nichts. Ja. Und das will man ja in der Regel in der Innenstadt. Wenn man gerade so an öffentlichen Orten mit dem Hund trainiert, dann ist es eine gute Sache, wenn man sich relativ aktiv mit seinem Hund beschäftigt und aktiv Dinge übt, dann werden die Hunde sehr viel weniger abgelenkt. Weil es aussieht, als würde man professionell da mit seinem Hund arbeiten. Ja, weil es wichtig aussieht. Ja, ja. Als würde derjenige gerade irgendwas Wichtiges mit seinem Hund machen. Ja. Und da sind dann weniger Leute ablenkend. Wenn ich jetzt einfach ganz entspannt, in Anführungszeichen, mit meinem Hund spazieren gehe. Das wird schon okay. Ach, guck mal, ja, da habe ich sie mal ganz kurz. Ist auch geil. Die Leute sagen, da habe ich sie mal ganz kurz was fragen. Und die haben sie schon längst beim Hund. Und was auch ein sehr ungewöhnlicher Tipp ist, aber unfassbar effektiv, zweiten Menschen mitnehmen, der so ein bisschen A, die anderen Leute abschirmen kann, wenn er sieht, aha, da hinten könnte sich was anbahnen oder auch einfach so tun, als wäre man irgendwas am Filmen. Wisst ihr, ihr geht mit dem Hund, eine andere Person läuft nebendran und macht so, kein Mensch kommt auf die Idee, eine laufende Aufnahme reinzulaufen. Das ist richtig, ja. Wirklich, kein Mensch läuft freiwillig in eine laufende Kameraaufnahme. Das Handy kann aus sein, das wissen die ja nicht. Und das ist halt so die Sache, diese ungewöhnlichen Tipps. Das sind häufig die, die den krassesten Hebel haben. Also was ich unglaublich gerne mache bei Hunden, die krass verwöhnt, verhätschelt werden oder sonstiges, gerade von fremden Leuten, ist, ich versuche diese Hunde bedrohlich wirken zu lassen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen Kunden habe, der einen wahnsinnig freundlichen Australian Shepherd hat und der ständig von anderen Leuten gestreichelt wird und der Australian Shepherd findet das auch noch total geil und zieht jetzt immer an Leute ran, dann mache ich mit den Leuten Maulkorb-Training. Dann trägt der Hund draußen einen Maulkorb, weil ein Hund, der einen Maulkorb trägt, streichelt in der Regel niemand, der wird in Ruhe gelassen. Oder alternativ, wenn man keinen Bock auf Maulkorb hat, dann diese Lederjacken-Rocker-Outfits für Hunde, also so ein Nietenhalsband oder sowas, irgendwas, was den Hund latent bedrohlich wirken lässt. Ohne dass das ist, selbstverständlich. Auch hier vielleicht nochmal zur Klärung, das Nietenhalsband meine ich nicht, dass die Nieten irgendwo den Hund am Hals penetrieren, sondern dass sie, wie die symbolischen Accessoires, wie es es für einen Menschen gibt, einfach das Nieten nach außen gucken. Ja, generell alles, was metallisch ist, wirkt irgendwie immer so ein bisschen kernig. Auch einfach so ein Kettenhalsband. Ich meine, es gibt Kettenhalsbänder, das sind Würgehalsbänder mit Staub und es gibt einfach nur Kettenhalsbänder, die sind einfach nur ein Halsband. Wie jedes andere auch, halt einfach nur aus Ketten. Aber so statistisch gesehen wird es bei mehr Menschen dazu führen, dass sie nicht auf die Idee kommen, dahin zu lang. Ich muss ja dem Hund nicht mal dran anleinen. Ich kann ja einen normalen Halsband anleinen und das Kettenhalsband einfach zu Deko drüber machen. Nächste Frage, wie kann ich einem Hund den perfekten Rückruf anlernen? Das ist wahrscheinlich so eins der größten Ziele von Hundehaltern überhaupt. Weil wenn mein Hund den perfekten Rückruf kann, dann kann ich den ja auch super oft ohne Leine laufen lassen, weil der hört ja immer, wenn ich ihn rufe. Ja. Ich halte den perfekten Rückruf für eine krasse Lüge. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, ich halte ihn für eine krasse Lüge. Das sind Tiere, das sind Lebewesen, auch die machen mal Fehler. Auch wie im Menschenbereich, jemand kann seinen Beruf noch so gut machen, irgendwann hat er mal Fehler gemacht oder irgendwann macht er Fehler. Das ist ganz normal. Jetzt muss man auch dringend darauf achten, was habe ich eigentlich für einen Hund vor mir? Ist das überhaupt möglich, dem einen rasanten Rückruf beizubringen oder ist das nicht? Also ich sage mal, der Durchschnitts-Shiba Inu scheißt einen großen Haufen auf seinen Halter. Dem ist das scheißegal, was sein Halter macht. Hauptsache, er wird nicht zu viel von seinem Halter belästigt. Und hier ganz kurzer, aber ultra wichtiger Einschnitt. Gerade für Leute, die sich überlegen, was für eine Sorte Hund soll ich mir holen. Wenn euch wichtig ist, dass ihr da angeschossen kommt und da feilschnell vor euch steht und euch anguckt, dann nicht so einen Hund kaufen. Nee, nee. Da muss man halt nicht gucken. Ich meine, man kriegt mit Hunden, die den in Anführungszeichen Will-to-Please haben, also die gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, kriege ich in der Regel auch einen guten Rückruf hin. Wichtig ist halt hier, dass ich jegliche konkurrierende Motivation meines Hundes ihm relativ schnell erkläre, hey, pass auf, das will ich nicht. Na, das bedeutet, dass ich meinen Hund, wenn ich ihn zurückrufe und er bleibt irgendwo stehen und guckt einem Schmetterling nach, dass ich sage, hey, Moment, warte mal kurz, ich wollte was von dir, bitte komm her zu mir. Jetzt nehmen wir mal tatsächlich das Beispiel Schmetterling, weil ich das dem Shadow tatsächlich zutraue. Dass der Schmetterling nicht toll findet. Wenn ich den zurückrufe und der findet unterwegs einen Schmetterling und jagt dem hinterher, dann findet der das lustig und toll und je öfter das passiert, desto mehr lernt der auch cool Schmetterlinge. Und desto schlechter wird der Rückruf. Ich sage ja nicht, dass man dem jetzt irgendwie eine Rasseldose oder sonst irgendeinen Scheiß oder ein, was weiß ich was, einen Teletuck anlegen muss, eh verboten das Ding, und den jedes Mal das Gehirn rausbraten muss, wenn der einen Schmetterling hinterher rennt. Aber die meisten Leute machen den Fehler, die versuchen den Rückruf, der eh schlecht funktioniert, dann auf eine Distanz von 50 Metern zu üben. Und da sind einfach so viele Ablenkungen dazwischendurch. Da liegt irgendeine Scheiße von irgendeinem Wildtier rum. Da liegt irgendein Leckerchen rum, was der Halter vor mir verloren hat. Da ist eine Spur von der Lieblingshündin, die mein Hund kennt. Man darf nicht vergessen, auch Dinge, die wir nicht sehen. Das Hauptsinn des Organes des Hundes ist seine Nase. Das heißt, der in Anführungszeichen sieht Dinge, die wir nicht sehen. Den Rückruf, ich übe den echt gerne erstmal auf wahnsinnig kurze Distanz. Leinenlänge und dann verlässlich. Vielleicht versuchen wir es mal möglichst kurz und knapp zusammenzufassen. Also grundsätzlich, wie kann man einem Hund den perfekten Rückruf anlernen? Schritt Nummer eins, davon verabschieden, dass es einen perfekten Rückruf gibt. Es gibt nie hundertprozentige Sicherheit. Man kann 99% bekommen, wenn man einen entsprechenden Hund hat und vernünftig mit dem arbeitet. Lass uns mal ein paar Dinge aufzählen, die helfen, damit ein Rückruf langfristig, ein ganz wichtiges zu betonendes Wort, langfristig zuverlässig funktioniert. Was sind da Schritte, die man von Anfang an beachten sollte und was sind häufige Fehler, die man da vermeiden sollte? Wenn ich jetzt hingehe und ich habe einen Hund, das ist jetzt mein Hund, ich bin der Halter, ich sage jetzt, Hund, komm zu mir. Wie baue ich das auf, dass das von Anfang an funktioniert und möglichst nie nicht funktioniert? Was schon mal cool wäre, ist, wenn ich als Halter irgendwas meinem Hund bieten kann, weshalb es sich überhaupt mal lohnt, zum Halter zu kommen. Aus Liebe heraus wird es der Hund nicht tun. Also es gibt Hunde, die, wie gesagt, die arbeiten gerne mit Menschen zusammen, aber so einem Leonberger ist es herzlich egal. Also ich brauche irgendwas, was den motiviert, weshalb es sich lohnt, zu mir zu kommen. Dann, so banal wie es klingt, die Übung so aufbauen, dass ich möglichst viele Erfolge habe, statt Fehlschläge. Okay, das heißt, ich baue meinen Rückruf nicht am Anfang mit zehn Metern auf, sechsmal klappt und viermal klappt nicht. Dann habe ich nämlich eine 60-prozentige Erfolgsquote und das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist perfekt. Das heißt, ich übe in Situationen und Gelegenheiten, wo es möglichst verlässlich ist, dass mein Hund das Verhalten zeigen kann. Also wenn ich jetzt mal ein Shadow nehme und ich rufe den einmal quer durch die Fußgängerzone, wo der an Bratwurstsemmeln, Eistüten und sonst was vorbeirennen muss. Das ist meine Übung, das ist krass schwer. Das ist halt ein Endgegner. Das ist halt der Endgegner, ja. Das ist ein Endgegner und an sowas sollte man sich erst dann rantrauen, wenn man sagt, du, eigentlich würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass mein Hund so ziemlich in allen Umwelteinflüssen und Erregungslagen bei mir ankommt, wenn ich ihn rufe. Ich würde beim Training immer versuchen, sagen wir mal so 100 bis 200 Euro darauf zu wetten, dass es klappt, was man vom Hund will. Wenn man dieses Geld nicht wetten kann, dann würde ich das Training so gestalten, dass ich schon diese Wette eher eingehen würde. Und bei dem Punkt ist halt eine Sache, eine super Rückversicherung, wenn man sicherstellen kann, dass der Hund bei einem ankommt, wenn man ihn gerufen hat. Und da gibt es eine tolle, ganz moderne Erfindung der Industrie, das ist eine Leine. Ja, die kann ich an einem Hund festmachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da meinen Hund an einer Leine habe und ich rufe den und ich sage, Hund, komm zu mir. Ach, sorry, den Hund weggelegt. So, und der Hund reagiert nicht unmittelbar. Dann darf ich auch mal, wenn er zum Beispiel an einem Geschirr in einer Leine befestigt ist, vorsichtig an dem zupfen und dafür sorgen, dass der bei mir ankommt. Indem ich mal so einen kleinen Impuls zum Beispiel da reingebe. Das kann eine Möglichkeit sein. Es gibt natürlich viele verschiedene andere. Aber wichtig ist, wenn ich meinen Hund anspreche und ich will, dass der auf meine Ansprache reagiert, das ist das, was die meisten Menschen in der Regel unter irgendeiner Form von Rückruf meinen, dann muss ich sicherstellen können, dass sobald ich das ausgesprochen habe, zum Beispiel mein Rückrufwort, dass dann vom Hund auch ein Verhalten kommt, was ich damit verbinde. Und das ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ich habe zum Beispiel den Rückruf damals beigebracht bekommen und das finde ich bis heute eine der coolsten Techniken. Es war am Geschirr, einer 5-Meter-Schleppleine. Hund läuft, Hund läuft so ein bisschen im Freilauf, gewartet, bis die Leine kurz davor war, sich zu spannen. Hund mit dem Namen gerufen. Hund hat einmal so einen leichten Impuls bekommen und dann wurde halt eingesammelt, hat Leckerchen bekommen und durfte weiterlaufen. So, das mal ein paar Mal so gemacht, bis so die grundsätzliche Idee gefestigt war. Und dann hat es in einfachen, reizarmen Situationen irgendwann recht zuverlässig funktioniert. Dass er gekommen ist, ohne dass ich dann den Wupp in der Leine am Geschirr machen musste. Aber wir waren halt allzeit in der Lage, dafür zu sorgen, dass er nach der Ansprache bei mir ankommt. Ja. Und das ist eine super entscheidende Sache, dass es nicht optional ist. Natürlich kann man versuchen zu sagen, ich rufe meinen Hund nur dann, wenn ich mir ganz sicher bin, dass er kommt. Aber manchmal erfordern die Umstände ist ja, dass ich es mache, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwo rein stolpere. Wo ich nicht damit rechne. Ich gehe zum Beispiel um eine Ecke, dann ist da vorne irgendein Hund, der kommt fixierend um die Ecke, pöbelt uns vielleicht an. Ich rufe meinen Hund und der reagiert nicht. Muss ich mir natürlich zwei Fragen stellen. Ist er jetzt so von dieser Situation versteinert, dass er mich nicht hört oder dass er handlungsunfähig ist? Oder ist es das, was du am Anfang angesprochen hast, vielleicht eine konkurrierende Motivation? Und dann muss ich halt in der Lage sein zu forcieren, dass er trotzdem bei mir ankommt, dass er trotzdem davon ablässt. Weil nur dann lernt er ja, dass es verbindlich ist. Ja, so banal wie es klingt, aber das lässt sich eigentlich auf einen ganz, ganz einfachen Punkt zusammenfassen. Wenn ich den Rückruf trainiere, dann trainiere ich mit meinem Hund eigentlich, dass er bei mir ankommt. Das sollte, so banal wie es ist, das sollte der Kernpunkt eines Rückruftrainings sein. Andere Umstände, ob jetzt da eine Ablenkung da ist, ob da irgendwo Futter rumliegt, ob da ein anderer Hund rumsteht. Das kann man mit der Zeit hinzufügen, gerade wenn man in der Hundeschule ist oder wenn man in der Nachbarschaft ist, wo andere Hunde rumlaufen. Dann kann man sowas ja konstruieren. Aber das Nummer eins Ding, was passieren sollte beim Rückruftraining, ist, dass der Hund ankommt. Je öfter der ankommt, desto besser. Eigentlich banal. Im Optimalfall kommt er halt immer an und kommt nie nicht an. Und wichtig ist halt, dass man vielleicht an der Stelle so einen Irrglauben aus der Weltschaft, den viele Leute haben. Die denken, sie könnten jetzt ihren Hund in eine krass schwierige Situation reinrennen lassen. Denken sie schon, dass der nicht reagiert? Setzen das dann irgendwie durch, forcieren das mit der Leine und so weiter. Hund kommt an und die denken dann, das wäre ein gutes Training, um ihn in diesen schwierigen Situationen dazu zu bekommen, irgendwann zuverlässig zu reagieren. Fraglich, ob das so sinnvoll ist? Weil der Hund lernt ja in diesem Moment immer, dass dieser Rückruf nie verbindlich ist, außer es kommt dann irgendeine externe Konsequenz, wie zum Beispiel ein Wupp in der Leine. Und das ist halt das, was du eben angesprochen hast, wo eigentlich der Fokus drauf liegen sollte, dass ich versuche, wenn ich eine Ansprache an meinen Hund zugestalte, mir vorher schon sehr sicher zu sein, dass der ohne große Faxen bei mir ankommt und ich den dafür in irgendeiner Form belohnen kann. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ist das ein beschissener Ort, das zu üben. Richtig. Also ganz einfach. Ja, und das Zurückgreifen auf Hilfsmittel wie eine Leine ist halt dann eigentlich für solche Situationen zu beschränken, in denen ich es machen muss und dann halt einfach durchsetzen muss, was ich eingefordert habe. Ja. Anna fragt, worauf muss ich alles achten, wenn ich mir einen Hund anschaffe? Sehr gute Frage. Ich finde auch Leute gut, die sich mit sowas vorher schon beschäftigen und nicht, wenn der Hund da ist. Das sind leider die wenigsten. Muss man einfach sagen, sind leider die wenigsten. Leider die wenigsten, ja. Also natürlich so banale Dinge wie, ist der Hund bei einem Mietverhältnis zum Beispiel, ist der Hund gestattet? Also auch da, wenn man das im Mietvertrag liest und da steht Hund gestattet, sollte man vorher trotzdem mal die Hausverwaltung oder den Eigentümer anrufen und sagen, hey, pass auf, da steht Hund gestattet. Ich wollte es aber nochmal abklären, weil ich möchte mir nämlich einen, keine Ahnung, irischen Wolfshund kaufen. Mietwohnung mit Parkett Neubau. Auch sowas, aber die meisten Vermieter denken halt da irgendwie an, ja, so ein Havaneser, ein Labrador, irgendwas halt mittelgroßes bis kleines. Also es schadet nicht, wenn man da vorher mal auf Harmonie bedacht ist und nochmal nachwägt. Und dann dreht sich eigentlich ganz viel um Plan B's schon für mich. Also diese Plan A's, ich brauche Zeit für den Hund am Anfang, das ist offensichtlich, das machen die meisten Leute. Die nehmen sich entweder Urlaub oder schauen, dass es in eine Zeitperiode reinfällt, in der sie Zeit haben. Die meisten Leute kontaktieren ihren Arbeitgeber und sagen, hey, pass auf, kann ich den zur Not irgendwie mit ins Büro nehmen? Das wäre natürlich eine tolle Sache, aber es geht um Plan B's. Das bedeutet, was mache ich eigentlich, wenn der Hund jetzt bei mir zu Hause im Mehrparteienhaus und der fängt zu bellen an, habe ich irgendeine Möglichkeit, den mal kurz vorübergehend irgendwo anders unterzubringen? Auch wenn ich krank werde, was passiert, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wer übernimmt den Hund? Sowas sollte unbedingt vor der Anschaffung eines Hundes geklärt sein. Nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen fällt. Ich habe den Hund da und muss ins Krankenhaus, sondern schon vorher muss ich mir bewusst sein, was habe ich für Plan B's? Und lass uns das mal ein bisschen hinten anstellen, weil ich habe noch eine Sache, die ist eigentlich noch wichtiger, früher heranzunehmen, weil sie all das bedingt. Was für einen Hund hole ich mir da eigentlich? Was für ein Ei lege ich mir da ins Nest? Weil es gibt Hunde, bei denen ist es wahrscheinlicher, dass die entspannter und chilliger alleine bleiben können als andere. Das dachte ich schon, du sagst, ist es wahrscheinlicher, dass der Halter ins Krankenhaus muss? Auch da gibt es Hunde, wo es wahrscheinlicher ist, dass der Halter eher ins Krankenhaus muss. Also wenn ich eine 1,50 Frau bin mit 43 Kilo Kampfgewicht und ich hole mir einen Kangal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann im Krankenhaus lande höher. Das ist richtig, ja. Also, aber das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, aber grundsätzlich guckt euch an, was für einen Hund ihr euch an euer Leben holt und dann überlegt, ist das wirklich sinnvoll oder mache ich das nur, weil ich den schön oder süß oder hübsch finde. Und zu guckt euch an können so Dinge gehören wie natürlich über die Rasse informieren, aber auch. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sich über die Elterntiere informieren, ja, gucken, welche medizinischen Dinge treten häufig bei solchen oder so ähnlichen Hunden auf. Und dann diese ganzen Geschichten, wo du jetzt auch Plan B genannt hast, die sind ja alle daraus abgeleitet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bin jemand, der braucht externe Menschen, die regelmäßig auf meinen Hund aufpassen, weil ich irgendwie krass geschäftstätig bin und die sollen dann zu mir nach Hause kommen, ist halt die Frage, ob ich mir einen Hund holen sollte, der mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Jahr dann Fremde nicht mehr zu mir in die Wohnung reinlässt. Und die Antwort ist nein auf dieses Szenario. Sollte man dann nicht tun. Das sollte man sich unbedingt vorher überlegen. Zum Beispiel, welche Hunde sollte man sich dann eher nicht holen, wenn man so jemand wäre? Herdenschutzhund Rasse XYZ. Also, die sollen genetisch bedingt skeptisch gegenüber Fremden sein. Und das ist einfach immer eine schlechte Idee. Und so realistisch muss man jetzt hier sein. Völlig egal, wie kompetent man als Hundehalter ist oder in was für eine tolle Hundeschule man geht oder wie auch immer man Ressourcen, Geld und Zeit und alles zur Verfügung hat. Es werden da viele Märchen erzählt von Leuten, die ihr Geld damit verdienen, Dienstleistungen anzubieten, die behaupten, man könnte nahezu alles irgendwie formen und weg trainieren. Das ist einfach eine hartfette Lüge. Also, man kann alles in irgendeiner Form verbessern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es mein Leben mies macht, wenn ich mir einen Herdenschutzhund hole und dann darauf angewiesen bin, dass drei verschiedene Leute die Woche auf denen bei mir im Zuhause aufpassen, ist halt einfach höher, als wenn ich mir sowas hole, was halt typischerweise Bock auf jeden Menschen hat. Du musst ja nur, du musst dir ja nur einfach mal das Szenario angucken. Du bist vielleicht, weiß nicht, ein Single oder vielleicht sogar ein Pärchen, was sich ein Herdenschutzhund holt. Das Pärchen, das passiert in der Welt, das trennt sich vielleicht irgendwann. Dann nimmt jemand mal von der Partnerin aus, nimmt die Frau den Hund mit, trifft dann einen neuen Partner und der will dann in dieses Haus rein. Denkst du, der Herdenschutzhund ist vorher gebrieft worden und weißt, dass das jetzt eine vertraute Person ist, wenn er das erste Mal die Wohnung betritt? Nope. Nope. Aber er sieht auch cool aus. Aber ist das nicht cool, wenn er neben mir läuft, auf dem Hundesportverein Platz? Wenn man da wohnt, schon. Also so viele Leute sehen auf Social Media, Instagram irgendwie so coole Videos aus dem IGP oder Hundesport und so, wo die Hunde dann wie so eine Maschine und sagen, das will ich auch. Ja, aber das hat halt auch noch eine andere Seite von der Medaille. Also klug bei der Anschaffung eines Hundes ist, wenn man sich wirklich, wenn man einen Rassehund sich anschafft oder indem man mal in Anführungszeichen geplanter Mischling. Dass man sich auseinandersetzt, welcher Typ Mensch arbeitet eigentlich mit diesem Hund und wozu ist der Hund ursprünglich mal gezüchtet worden? Und wie ist so die Alltagstauglichkeit der Elterntiere? Das bedeutet, wenn ich einen Hund anschaffe, gehen wir mal von einem Dobermann aus und ich schaffe mir einen Dobermann an und ich will, dass der mit mir ein möglichst kompatibler Familienhund ist und den schaffe ich mir an. Dann per se, ich sage nicht, dass das mit einem Dobermann unmöglich ist. Aber wenn die Elterntiere Hochleistungszuchttiere sind, die auf IGP-Turniere fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich diesen Hund durch einfache Auslastung zufrieden und müde kriege. Und deswegen spielt es so eine große Rolle. Also wenn ich, du hast vorhin das Beispiel Kangal genannt. Wenn ich einen Kangal aus einer Zucht hole, die wirklich für Schutzzwecke oder für Herdenschutzzwecke diese Hunde züchten, dann traue ich mich nicht wundern hinterher. Also man sollte sich erst mal auseinandersetzen, in welchem Personenkreis ist dieser Hund eigentlich entstanden? Und ist das dann was für mich? Das spielt keine Rolle, ob ich einen kleinen Hund suche und ich kaufe mir dann Jack Russell Terrier, weil er klein ist. Weil die haben Feuer. Die sind unglaublich feurig. Wenn ich einen kleinen Hund will, gibt es zig kleine Hunderassen. Es gab in Deutschland mal den Kuhhund. Nie gehört. Der stirbt gerade Gott sei Dank aus. Was ist ein Kuhhund? Der Kuhhund ist so das deutsche Pendant zu einem Corgi. Also die wurden dazu gezüchtet, Kühe zu treiben. Und diese Kuhhunde, die waren nicht groß. Das waren so zottelige Viecher. Und die haben halt auch mal so einen beherzten Tritt von so einer Kuh in den Kopf kassiert. Und dann hatten die vielleicht mal einen gebrochenen Kiefer, haben sich kurz geschüttelt und dann sind die wieder zu der Kuh hin und haben die gebissen. Hört sich nach einem Hund an, den man leicht beeindrucken kann im Alltag. Ja, und das ist halt einfach nicht lustig. Und deshalb ist es so wichtig, setzt euch damit auseinander, was ist der Hund gezüchtet worden? Habe ich Bock auf sowas? Das spielt eine große Rolle. Und wie gesagt, wie sind die Elterntiere gehalten worden? Das heißt nicht, dass ich mir in meinem Leben keinen, bleiben wir beim Dobermann, weil bei dem ist es noch halbwegs realistisch. Wenn ich mir einen Dobermann aus einer wirklich langweiligen Zucht hole, da gehe ich hin und die Elterntiere pennen den ganzen Tag. Und ich sage, was hast denn du sportlich mit den Tieren gemacht? Und die schauen mich an und sagen, Sport? Die schlafen den ganzen Tag. Dann go for it, weißt du? Dann kann ich das versuchen. Wenn ich einen haben möchte, der sich dann halt genau so benimmt. Und wenn ich einen möglichst sportlich aktiven Hund haben will und ich gehe in die Zucht und die sagen mir, ja Sport, nee, machen wir nicht. Dann ist das halt auch eine schlechte Idee. Das auch mal wirklich hinterfragen. Und hinterfragen bei den Züchtern, wie verhält sich der Hund in Alltagssituationen? Also nicht nur hingehen, weil man hört ja, ja, schau dir die Elterntiere an. Die meisten Leute, die machen dann wirklich nur buchstäblich das. Die gehen hin und gucken und sagen, ja toll. Und die stellen dann die Frage, wie ist denn der so? Ja, ganz nett. Ja, super. Klasse. Wie ist denn der mit Kindern? Auch nett. Himmlisch. Sondern mal wirklich sagen, Mensch, wie ist denn das? Können wir uns mal in der Stadt treffen, dass wir da irgendwie miteinander spazieren gehen? Sich den Hund in realistischen Alltagsumgebungen anschauen und dann beurteilen, will ich von diesem Hund die Nachkommen haben und da realistisch bleiben? Und das ist halt ein ganz spannender Aspekt, weil A, ist schon mal ein guter Schritt hinzugehen und zu sagen, können wir mal gemeinsam spazieren gehen? Ja. Und wenn man dann vielleicht, ja, ja. Antwort bekommt, wenn man das Antwort bekommt, aber es nur in einem ganz bestimmten Setting stattfindet, also am Arsch der Welt, wo wirklich sonst gar nichts ist. Und man hat vielleicht, und man hat vielleicht explizit vorher noch gefragt, ob man auch mal was anderes machen kann oder fragt danach, wie verhält sich der Hund dann in solchen Situationen? So, und dann kriegt man so eine drucksige Antwort. Antwort, dann ist halt die Frage, ja, ignoriere ich das jetzt einfach blindäugig oder überlege ich mal lieber, hm, warum weist die Person meiner Frage aus, ja. Oder warum möchte sie mit mir nicht an diesen Ort hingehen? Vermutlich gibt es irgendeinen Grund, der das bedingt. Bedeutet, wenn ich jetzt von meinem Hund erwarte, dass er mit mir in der Frankfurter Innenstadt dann da überall perfekt funktioniert, schwierig. Gehen wir mal so ein bisschen von den Zuchthunden weg. Wenn man sich jetzt einen Hund aus dem Aus- oder Inlandstierschutz holt, ist auch ein ganz, ganz schlechtes Kriterium, ja, ich war bei mir im Tierheim, aber da ist keiner. Deshalb habe ich mir einen vom Züchter geholt. Boah, Leute, echt, also alles, was irgendwie im Umkreis von 20 Kilometer von euch ist, ist ein Witz. Man muss halt für einen guten Hund, der zu einem passt, eventuell halt auch einmal quer durch Deutschland fahren. Ich sage nicht, dass das ein Zwang ist, aber wenn man hinfährt und man sagt auch nur in einem Bereich des Zusammenlebens, Öffentlichkeitstaugbarkeit, Verarbeitung des Hundes mit neuen Situationen, wie der mit fremden Situationen klarkommt. Und es gibt nur einen Bereich, wo ich sage, dann sollte ich wirklich mich erstmal nochmal umgucken, ob ich nicht noch einen anderen Züchter finde. Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und Zuchthunde sind in der Regel nicht günstig, dann sollte man wirklich da sagen, ja, das ist genau der Hund, den ich haben will. Ich habe von meinen Züchtern damals gelernt, dass es drei Aspekte gibt, die bei der Verpaarung von Hunden in der Regel beachtet werden sollten, was seltenst der Fall ist. Das ist Wesen, Gesundheit und Optik. Und man hat mir damals auch den Rat gegeben, wenn ich mich bei anderen Züchtern umschaue, wenn ich den einen aus der Zucht haben möchte, gilt bedingt auch genauso gut für Hunde, die man irgendwo in einem etwas fortgeschrittenen Alter adoptiert. Ja. Ja, auch Wesen, Gesundheit, Aussehen, das sind immer diese Dinge. Sollte ich halt hinterfragen, okay, was hat dieser Hund für ein Wesen? Hat der eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er riesige finanzielle Folgekosten für mich verursacht, weil er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendeine Krankheit mit sich rumträgt? Und dann erst dieses Thema Aussehen mit reinnehmen. Ich weiß, dass es immer so eine super wunde Stelle ist, weil die Leute sehen einen Hund, zu dem den visuell wahrsagen, wow, den finde ich toll, so einen will ich auch haben. Vergessen in dem Moment aber komplett die Aspekte Wesen und Gesundheit. Und letztendlich sollten die zwei Punkte erstmal stimmen und dann kann ich mir über den hier Gedanken machen. War jetzt ein bisschen ausführlicher als geplant. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentarsektion, wie euch das gefallen hat, ob es vielleicht ein bisschen zu ausführlich war oder ob ihr Bock habt, euch das so lange anzuhören, und ob ihr andere Fragen habt. Einfach generell Anregungen für in Zukunft unbedingt in die Kommentare. Denkt dran, das Video mit einem Gefällt mir zu markieren und den Kanal zu abonnieren. Und alles weitere hinsichtlich Kanäle, Infos, Newsletter, gemeinsame digitale Produkte, die es dann in Zukunft von uns gibt und geben wird, packen wir alles in die Videobeschreibung. In die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.